Das wirst du nie glauben. In der Truhe? Äh, nein. Komm mal her. Vielleicht siehst du ja schon. Auf dem Weg hierher. Ich bin im Lager. Ach nee, das ist das Teil wieder. Ich weiß. Komm mal her. Siehst du? Ich weiß wohl, was ist hier, warum das ist. Ah! Ja, genau. Hast du Rattenfleisch? Hast du Rattenfleisch? Nee, ich will eben wieder welche fangen gehen. Ich will jetzt bloß meinen Skorpion hier irgendwie. Lass den ja drinnen. Ja, wo glaubst du, will ich den hinschaffen? Ich hab den an der Leine. Oh, der zeigt mal. Deswegen rennt er mir doch hinterher. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Der ist genau vor dir. Ich seh den nicht. Komm mal. Ja, jetzt so. Schade, dass man den nirgendwo festbinden kann. Doch, kannst du. Also wenn du denn, hast du denn an der Leine? Ja. Dann kannst du den, wenn du so einen Zaunpfahl hast, kannst du den da dran machen? Wie ein Pferd. Ach, einen normalen Zaunpfahl? Ja, bloß einen. Ach so. Hast du einen? Oder kannst du mir einen in die Tasche reintun? Nein. Wieso nein? Weil ich draußen bin. Ach, dann geh ins Lager. Oh Mann. Ich will den hier festmachen. Bitte. Und du, was machst denn du? Warum? Was? Ich krieg, wir können keinen Timer basteln. Das ist alles doof. Die ganze Maschine wird Timer. Die brauchst du so komisch. Was für eine Maschine? Ich hab jetzt diesen Power von Nanshee gebaut. Den musst du da ganz komisch anschließen. Ja, oder Furnit. Furnit. Du musst sie wieder ganz komisch anschließen. Warum? Wie? Dann musst du dir selber angucken. Komm mal her. Dann brauchst du extra Stromkrankkreis. Und extra Wasseranschluss. Kannst du mir nicht ein Stück Zaun reinlegen, bitte? Wartest du mal ab? Nein, ich bin ungeduldig. Nein, 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 nein. Ah, danke. Gehst du mal Rattenfleisch fahren? Ja, wenn ich den hier mal fest will, kriegen wir. Ja, der ist, kann man aber nicht festmachen, ne? Es geht nicht. Ich dachte, du hast noch eine Leine. Ja, schon, aber es geht irgendwie nicht. Und du musst den Zaunfall irgendwo in die Mitte stellen und dann machst du dort ran. Ja, mach ich, äh, mach rechts fliegbar, was passiert aber nicht. So wie bei den Pferden. Naja, mag schon sein, aber es geht nicht. Warum, ne? Es geht. Tja, da weiß ich nicht weiter. Tut mir leid. Geht denn? Bist du sicher, dass es geht, dass man den festkippen kann? Ne, muss ja, oder? Ne, hast du schon mal gemacht? Nein. Wieso kommen keine Steine hier raus? Gehen komm raus. Gehen komm raus. Na, was? Kommst du mal kurz her? Kommst du mal bitte? Alternativ, könntest du auch dort bleiben und ich, und ich mach's anders. Na, hat er gehört. Was? Ich hör' ne Ratte. Hier hinten sind drei Stück. Dann, geh die Ratte suchen. Wer, ich? Das gibt's doch gar nicht. Welcher Holzkopf hat dort denn das Rohr zugemacht? Da ist kein Wunder, dass dort keine Steine reinkommen. So was muss ich mal gucken, ob das... Ey, ihr seid... Ne, dazu muss ich jetzt nicht sagen. Kein Wunder, dass dort keine Steine reinkommen. Wenn das Loch zu ist. Das Rohr zu ist. Da kann ich ja... Da kann ich... Na, egal. Gibst du mir ne Schlange? Ratte? Hallo, gibst du mir ne Ratte? Ich hab' gehört, du hast ja nie gekillt. Ja, ich bin noch schon auf dem Weg. Alternativ, könntest du das natürlich auch in die Tasche rein tun. Oh Gott, jetzt zieht... Hier bin ich. Ich will das gehen. Oder kannst du das auch? Ich bin... Du kannst dich auch... Scheinend nicht. Du kannst dich auch auf ne Kiste stellen, vielleicht kommst du höher. Doch, jetzt hat sie es gefressen, jetzt brauchen wir aber noch mehr. Ja, im Gegend, da hat sich schon gescheinendet. Ja, doch. Mit der zweiten Rade ändert sich das. Weil mal ändert sich das auch was mit der zweiten. Aha, mit der zweiten sieht man also mehr, ja. Also nach dem Motto. Toll, das war ne Maus. Ne Maus? Wie kommst du jetzt da rauf? Ja, wofür? Mein Züngler. Züngler hätte ich ihn nennen können. Verstehst du? Züngel geht zu viel. Züngel geht. Ich wurde gezüngelt. Oder wie war das? Ja, ja, du wurdest eigentlich alle fünf Minuten gezüngelt. Aber du weißt, was ich meine, ja. Ja, ja. Ja, schlimm, wenn ich dich nicht wüsste. Das sage ich dir, ja. Lappen, gleich. Lappen, gleich. Lappen, gleich. Nee. Nein. Nein. Ja. 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 Hey, frischst du das überhaupt? Wie gäbe ich denn das? Links oder Rechtsklick? Rechtsklick. Da fress ich das doch alleine. Nee, du musst es auf das Viech machen. Es wird schon wieder dunkel. Ach, war ja kein Quatsch. Quatsch, mach. Na, Mati, wie geht's dir? Hat sich's gefüllt, oder? Jo, ich war einfach bloß zu tief. Oh, die hat das aber... Ja, die hat das aber ganz komisch geknabbert, du. Warum? Als hättest du Steine gefressen. Ja, macht mein Skorpion auf. Du hast Steine fressen? Nee, Mäuse. Also Ratten. Das fühlte sich. Ja. Alles klar. MWH? Was sagst du da? Das ist so angeschlossen. Äh, ja. Ja. Ich geh mal nordschlachten, wa? Ach so, ich... Wie bitte? Wen willst du denn schlachten? Das verrate ich nie. Sonst wollt ihr das auch. Hä? Wie kommt es da an das Rattenfleisch her? Welches Rattenfleisch? Ich hab ständig Rattenfleisch im Inventar. Freu dich doch! Ich weiß nicht, wo's herkommen. Nee, freu dich doch! Weil das taucht immer auf. Einfach so. Ähm... Kannst du auch... Kannst du auch Eisenbahn auftauchen lassen? Neee... Das nicht. Scheiße. Hexe. Klingt wirklich wützig. Was? Was? Wie geht das jetzt rein? Gibt's nur Sputters? Ja, no? Ah ja, fühlt sich schon also wie zuhause. Muss gleich wieder auf die Barrikaden gehen, ne? Wer denn? Na, wer wohl Pieker? Rind gleich mal wieder die Hauswand hoch. Kommst du da runter? Ja. Auf der Seite oben. Auch nochmal! Vielen Dank. Hinten im Lager? Nope. Okay. Okay. Dann nicht. Dann eben nicht. Warum nicht? Weil eben und darum. Alles klar. Alles klar. Jupp. Ich schlachte mich erstmal durch unseren Stall. So, bin wieder da. Svenne? Ich hab das Geheimnis der verschwundenen Lampen gelüftet. Ja? Ja. Die liefen nach dem Kreis herum. Nein. Die wurden gefiltert. Ja? In unserer Sammelsorium-Truhe will ich erstmal nennen. Ah. Und ich hab's ja in die Truhe getan. In die Ender-Dingsbums da. Ja, muss ich dann später, wenn ich den Helmweg gefunden hab. Kannst du dich nie selber in die Truhe reinsetzen? Wir versuchen dich hier wieder rauszuholen. Ja, ja. Nachdem ich reingetreten hab. Boah, das war schon mit Sven's, oder? Achso, Sven, bist doch gar nicht da jetzt, oder? Worum soll er nicht da sein? Ich bin bloß woanders. Ich bräuchte mal... Ich bräuchte mal ne Waffe. Ihr werdet lachen, ich werde gekillt von einer scheiß Maus. Nein, Scherz. Ne, ich brauch ne Waffe. Reichen Schwert? Na klar, dicke. Ist aber nur ein Steinschwert. Ist egal. Hab ich dir im Rucksack fallen. Weil ich habe ein ganzes... Ein ganzes... Eine helle Bade hab ich schon vernichtet. Eine helle Bade schon zur Sau gemacht. Da kommt die fette Inge. Wie viel haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier... Fünnelf. Aus Merzen. Du auch. Oh, du warst noch lebendig. Gut. Mein einziger Freund. Mein Freund, der Enderman. Ja, dann habe ich alle in den Stich gelassen. Nein. Allein, allein. Oh, foie. Oh, foie, aus. Aus. Nass, kalt. Eins, zwei, drei. Zurück gelassen von allen meinen Freunden. Och, wo war denn das her? Könnt's nie hier, äh, Transformers? Das war denn der Teil, äh, ich glaub das... Hat er noch Möhren zufällig? Nö. Ja, ja, das war... Das sind noch ein Rucksack welche. Aha. Wo war doch der in die Typ hier? Ja, genau, dieser... Der wäre neu, oder wie der hieß. Ja, ja, dieser... Ja, ja, ja. Die Pyramie hochmacht der allein. Du bist die allein, ich bin da auch noch, ja. Ja, ja. Boah, hier leuchtet was ganz, ganz grell auf der Karte. Ich geh gleich mal hin. Das ist... Lava? Hm. Oh, ist das schön warm. Ui, ui. Okay, weiter geht's. Wie weit bist du noch weg? Musst du in die Packung. Wie ein Zimmer. Aber da finde ich was Interessantes. Du bist jetzt... Schnee und Eis. Kann man nur aus zwei Sachen diese Platten herstellen. Oh, ich bin zu stichen. Ach, sei ruhig. Ah, die Sonne geht auf. Die Sonne lacht in den Blende ab. Was? Nein. Nein. Hier würdest du sogar richtig total verrecken. Weil hier nicht mehr was mit Futter zu finden ist. Brauchst du was? Nein, nein. Ich hab... Ich hab zum Glück noch was mitgenommen. Geht die Sonne gerade auf? Ja. Ihr werdet's kaum glauben. Ich hab mich jetzt mal... Ich hab gerade Neutschlachten gemacht. Ich bin 16 Level gestiegen. Ich hab blast den Level gestiegen. Es ist aber weiter Labern. Schön vorsichtig. Vielen Dank. Irgendwo klopft es. Morsetzeichen. Ich merk schon. Oh mei, die Nächte wären eindeutig zu lang. Ich habe nichts dagegen, wenn mir jemand irgendwann die paar Fackeln gibt, dann könnte ich ein paar Hirnspionieren gehen. Du wolltest doch, du wolltest doch... Warte mal... Lass mich doch mal hoch jetzt hier, schwuler Berg. Du woll... Ja, erzähl ruhig. Du wolltest doch Holz formen gehen. Ich bin dann, wie gesagt, durch ein Tor gegangen. Und bin jetzt unko in der Eiswelt, wo nie gerade viel Holz ist. Ich habe ein bisschen Holz reingetan. Also im Rucksack sind Wackel. Das ist schön. Das war TNT dort, gutfalls. Hab ich da eingesammelt. Das war eh eine Sprengfalle. Soll ich dir eine Druckplatte geben? TNT und schleiß dich drauf Augen zu? Alles für eine Rolle. Nee, oder? Nee, das ist toll und das wird sinnlos. Was denn? Dirk? Ja? Wir haben uns um einen Block verschätzt. Warum? Oder? Wir boten ja alles ab. Wir boten ja alles ab, oder was? Nee, wir sind genau neben Kohle. Um ein Block. Um ein Block. Neben der Kohle. Ungelogen. Und das zweimal. Das sind schöne Radern. Ich verstehe die Maschine trotzdem. Ähm. Könnte mir mal jemand... Oder? Habe ich das sogar drinnen? Könnte mir mal jemand eine spitze Hacke in die Dings legen? Oder habe ich ihr eine mit? Ja, ich habe ihr eine mit. Vergesst das. Was? Hier kommt noch was. Oh, das ist ja Quatsch. Was ist denn das? Ich will mich ohne dasselbe. Ich fühle mich mit mir. Natürlich war es nicht.